Der V.S. Applaus. V.S. ist die Obkürzung für den Vorschuss. Wo was wir haben, haben wir. Und davor ein Stückchen aus dem Repertoire von Ernst Mosch, der heuer 90 Jahre alt geworden wäre. Ich glaub, die Egerländer sind auch in guten Händen. Vielleicht war wer beim Konzert voriges Jahr beim Hut und den Egerländer auf der Seebühne. Ich glaub, dass die Egerländer tadellos weiter. So wie bei der Blecherank. Im Fällchen heißt diese schöne Polka. Das ist eines von meinem Lieblingsstückchen. Übrigens für die Egerländer. Das freut mich. Wie ein rotes Wölper gelingen. Wie gewohr. Im Mädchen und dann... Ihr zwei. ... 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